Jürgen Kobra Weckmann ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Weckmann ist in Essen geboren und aufgewachsen. Sein Vater meldete ihn bereits mit fünf Jahren bei Wackerberge-Borbeck an. Er durchlief ab der C-Jugend die Jugendmannschaften bei Rot-Weiß-Essen und erhielt bei seinem Stadtverein auch einen Lizenzspielervertrag. Grund war unter anderem, dass er nach eigenen Aufzeichnungen in der Jugend 377 Treffer erzielt hatte. In den ersten drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga war er in 65 Spielen 32-mal erfolgreich und debütierte am 6. März 1982 beim 4-1-Heimerfolg über den SC Fortuna Köln, bei dem er bereits nach drei Minuten sein erstes Profitur zum 1-0 erzielte. In der Saison 1984-85 debütierte er in der Fußball-Bundesliga, allerdings mit Borussia Dortmund, zu der er für eine Million DM-Ablöse gewechselt war. Bereits zur Saison 1986-87 wechselte er für eine Ablösesumme von 1,35 Millionen DM zum FC Schalke 04 und gelangte in der darauffolgenden Saison für eine Ablösesumme von 2 Millionen DM zum FC Bayern München, mit dem er 1987 den DFB Supercup gewann und 1989 Deutscher Meister wurde. Danach kehrte er für eine Ablösesumme von 1,95 Millionen DM vier Spielzeiten zu Borussia Dortmund zurück, wobei er in den letzten beiden Jahren verletzungsbedingt nur jeweils einmal zum Einsatz kam. Ein erneuter Wechsel in der Winterpause zum Zweitligisten MSV Duisburg währte nur drei Monate und auch die Rückkehr zu Rot-Weiß-Essen in die 2. Bundesliga im Anschluss dauerte nur von November 1993 bis Juni 1994. In der darauffolgenden Saison spielte er noch für Rot-Weiß-Essen in der damals drittklassigen Regionalliga. 1995 wurde Weckmann für die symbolische Ablösesumme von einer DM vom Zweitligisten 1, FSV Mainz 05 verpflichtet, der ihn jedoch nur in einem einzigen Testspiel einsetzen konnte. Eine weitere schwere Verletzung in jenem Spiel sorgte für die Vertragsauflösung und Weckmanns Karriereende. In 203 Bundesligaspielen erzielte Weckmann 69 und in 77 Zweitligaspielen 34 Tore. Zwischen 1984 und 1985 spielte Weckmann viermal für die U21-Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er am 27. März 1984 in Osnabrück beim 1 zu 1 Unentschieden gegen die Sowjetunnen. Es folgten die Spiele gegen Griechenland, Schottland und 1985 gegen Portugal. Nach der Karriere von April 2008 bis September 2012 war Weckmann für den FC Bayern München im Finartikelshop im Zentro Oberhausen als Repräsentant tätig. Dieselbe Tätigkeit hatte er Jahre zuvor für Borussia Dortmund ausgeübt. Danach war und ist Weckmann arbeitssuchend. Er lebt in Essen-Fronhausen. Bemerkenswertes. 1986 rettete er Borussia Dortmund mit seinem Tor in der letzten Minute des Relegationsrückspiels gegen Fortuna Köln ins Entscheidungsspiel, in dem der BVB den Abstieg vermied. Borussia Dortmund ehrte Weckmann deshalb mit einem Stern auf dem Walk of Fame des BVB, der sich in der Hohen Straße in der Dortmunder Innenstadt befindet. 1987 streckte ihn der HSV-Torwart Uli Stein im Spiel um den DFB-Supercup nach einem Gegentor mit einem Faustschlag nieder, worauf dieser des Platzes verwiesen wurde. Mit dem 1-0-Siegtreffer des FC Bayern München am 26. November 1988 im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg per Pfeilrückzieher erzielte er nicht nur das Tor des Monats, sondern auch das zum Tor des Jahres. Nachdem er in einem Interview behauptet hatte, er sei giftiger als die giftigste Schlange, erhielt er den Beinamen Cobra. Von ihm stammt auch die Äußerung. Die Tatort-Episode Wer bin ich? Vom 27. Dezember 2015 spielt auf den ehemaligen Stürmer an, in dem der tatverdächtige und schlussendliche Täter Weckmann sich selbst als Casino-Cobra bezeichnet. Die Tatort-Episode Wer bin ich? Vielen Dank.